Kommen dir diese drei Problemchen bekannt vor? Erstens, ich habe eine Aufnahme, auf der knackst es immer ganz komisch. Zweitens, wenn ich meinen fertigen Mix ausspiele, dann klingt er immer irgendwie leiser und ganz anders, als wenn ich ihn in Studio One höre. Und drittens, wenn ich einen Stereo-Effekt benutze, dann klingt es nicht breiter, sondern irgendwie hohl und nur ganz komisch. Damit dir diese Problemchen demnächst nicht mehr passieren, verrate ich dir heute mal, was dahinter steckt und wie du sie demnächst ganz einfach vermeiden kannst. Und obendrauf, quasi als Puderzucker, gibt es auch noch einen Bonus-Tipp, der dir, egal ob du Einsteiger bist oder Profi, demnächst immer helfen wird, auch ohne langes Googlen, die richtige Funktion in deiner DRW zu finden. Und weil diese Tipps eigentlich in jeder DRW funktionieren, lohnt es sich für dich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Ich habe einen Lieblingsspruch und der lautet, der größte Bug sitzt meistens vor dem Computer. Mit anderen Worten, in vielen Fällen ist nicht die Software schuld, wenn was nicht klappt, sondern meistens wir selber. Und ich muss mir da auch immer selber in die eigene Nase fassen, wenn mal wieder was nicht klappt, weil ich den Fehler meistens am Ende dann doch selbst gemacht habe. Aber egal, ob der Fehler jetzt in der Software liegt oder an uns selber, es gilt ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und deshalb verrate ich dir heute auch mal drei der häufigsten Fehler, die mir in der letzten Zeit in meinen Coachings so begegnet sind. Und vor allem, wie du sie vermeiden oder auch beheben kannst. Plus, Bonus-Tipp obendrauf für alle DRWs und irgendwie jede andere Software auch, aber dazu später auf jeden Fall mehr. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und falls du zwischendurch denken solltest, dass dir dieses Video weiterhilft, dann zeigst mir darüber einen Daumen nach oben. Und wenn du den Recording-Blog als Dankeschön noch mehr unterstützen möchtest und mich damit auch, dann kannst du mir gerne über den Mitgliedwerden-Button hier unter dem Video mal einen kleinen oder großen Kaffee ausgeben. Dir und allen, die das jetzt schon machen, sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal von Herzen Dankeschön. Und wir gehen jetzt mal rüber zu Problem Nummer 1. Los geht's! Wenn es in deinem Mix an unerklärlichen Stellen knackst oder wie der Engländer sagt, du hörst Pops and Clicks, dann hat man normalerweise erstmal die DAW im Verdacht. Wir gucken also normalerweise bei der Buffer-Size. Das ist das Stichwort, was du auch in vielen Foren genannt bekommst. Die Buffer-Size, also der Puffer-Speicher, den der Rechner vorhält, um seine Audiodaten zu bearbeiten, das ist meistens der Knackpunkt an der Stelle tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und der wird eingestellt in den Einstellungen normalerweise bei deinem Audiotreiber zum Audio-Interface. Hier bei Studio One zum Beispiel heißt das auf Deutsch sogar Geräte-Block-Größe. Die Geräte-Block-Größe, die Buffer-Size oder Puffer-Größe in deinem Rechner kann also Schuld daran sein, dass der Rechner nicht genug Daten vorhält und dann mit dem Rechner nicht hinterherkommt und dann Knackser oder Pops und Clicks generiert. Kann man aber ganz einfach beheben, indem man dann einfach hier die Puffer-Größe ein bisschen größer stellt. Und da diese aber zusammenhängt mit der Eingangs- und Ausgangslatenz, muss man hier ein bisschen unterscheiden. Für Aufnahmen ist es immer gut, dass man da eine relativ geringe Eingangslatenz und Ausgangslatenz erreicht, also mit einer geringeren Puffer-Größe arbeitet. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einem Software-Instrument spielst oder sogar mit Effekten aus deiner DAW deine Stimme aufnehmen möchtest, dann ist es gut, hier eher einen geringeren Wert zu wählen. Also so gering, dass du zumindest ohne Aussetzer aufnehmen kannst. Wir können ja mal hier kurz einen geringeren Wert einstellen. Stellen wir mal 32 Samples ein und du siehst, die Latenz sinkt hier auf 7,5 Millisekunden auf der Eingangsseite und auf der Ausgangsseite 2,15, also ungefähr 10 Millisekunden Latenz, die hier vom Eingang bis zum Ausgang sind. Und wenn du dann aber in den Mix kommst, ist es besser, dass man dem Rechner möglichst viel Daten zum Bearbeiten gibt, damit er auf jeden Fall sicherstellen kann, dass alles ohne Knackser ausgespielt wird. Also einen Wert 512 aufwärts, dann steigt zwar die Latenz, aber da du ja eh nicht mehr aufnimmst, ist das dann auch egal. 512 ist auf jeden Fall ein guter Mittelwert. Stellen wir mal so ein und schon ist der Rechner soweit vorbereitet, dass er eigentlich ohne Knackser arbeiten könnte. Aber wir hören mal kurz an dieser Stelle hier rein. Hast du es gehört? Ganz am Anfang von der Akustik-Gitarre, da scheint es nicht so organisch reinzukommen. Nochmal. Und dieser Knackser, ein echter Knackser ist es nicht, aber es klingt komisch an der Stelle, das ist eigentlich der eigentliche Feder, der hier passiert ist. Und der findet aber hier in der Wellenform statt. Schauen wir mal rein, ich zoome hier mal rein und dann wirst du es relativ zügig erkennen können. Denn der Schnitt von unserer Akustik-Gitarre, die soll ja hier auf der 3 anfangen, hier oben ist ja die 3, da soll das anfangen. Der Schnitt findet in der Wellenform statt. Und wenn der Schnitt von so einer Audiodatei mitten in der Wellenform und nicht am Nullpunkt hier stattfindet, dann knackst es an der Stelle. Und da ist keiner vorgefeit, weil wir spielen ja nie immer exakt drauf und keiner kann sicherstellen, dass die Datei ausgerechnet an der 3 zum Beispiel an dieser Stelle am Nullpunkt ist. Einige DAWs stellen das von sich aus sicher, dass der Schnitt grundsätzlich immer nur am Nullpunkt stattfindet. Aber hier in diesem Fall ist es tatsächlich passiert, dass der Schnitt für diese Akustik-Gitarre mitten in der Wellenform stattgefunden hat und deswegen an der Stelle knackst. Gibt aber einen ganz leichten Workaround, einen kleinen Trick und den verrate ich dir jetzt heute auch. Du machst einfach einen kleinen Fade-In. Hier bei Studio One geht das ganz einfach hier auf der Seite. Du greifst hier einfach diesen Pfeil, machst so eine kleine Einblendung von, sagen wir mal, einer Millisekunde. Das reicht schon und du siehst, die Wellenform gleicht sich hier schon an. Und jetzt wird hier deutlich weicher reingekommen. Es gibt also kein Knackser mehr an der Stelle und wir hören uns das Ganze jetzt nochmal an. Ich suche nochmal raus. Hören wir nochmal. Deutlich besser. Wenn dir das noch immer zu knacksig ist, kannst du den Fade-In immer noch ein bisschen größer setzen. So, noch ein bisschen größer. Und jetzt klingt es ganz organisch, wenn die Gitarre hier anfängt. Nochmal für deine Ohren. Wunderbar. Zum guten Arbeitsablauf gehört es aber, dass du das dann bei allen Schnitten überprüfst. Dass du also wirklich sicherstellst bei allen Schnitten in deiner DAW, dass du immer einen kleinen Fade-In machst. Und nicht zu vergessen, am Ende der Datei kann das natürlich auch passieren. Wenn wir hier mal am Ende der Datei gucken oder von diesem Audioschnipsel hier gucken, zoome ich hier mal rein und da siehst du, dass auch hier der Schnitt mitten in der Wellenform hier auf Zählzeit 11 soll die Gitarre aufhören, dass auch hier der Schnitt mitten in der Wellenform stattfindet. Und deswegen gehört es dazu, dass man eben nicht nur den Fade-In setzt, sondern auch einen kleinen Fade-Out. Und damit hast du auf jeden Fall sichergestellt, dass du keine Knackser mehr in deinen Mixen hörst. Zumindest nicht da, wo sie nicht hingehören. Also sichergestellt, dass die Puffersize richtig eingestellt ist und keine Knackser durch Schnitte mitten in der Wellenform. Und schon hast du ein Problemchen weniger. Wenn ich meinen Mix ausspiele, dann klingt er nicht so wie in der DAW. Das ist, glaube ich, eine der Hauptbeschwerden, die mir zugetragen werden. Kannst du mir helfen? Woran liegt es, dass meine Mixe in der DAW immer cool klingen und außerhalb der DAW nicht? Den ersten Tipp, den ich normalerweise gebe, ist erstmal zu überprüfen, ob beim Abspielgerät, also in meinem Fall wäre das hier zum Beispiel der Videolan-Client, also das VLC-Programm. Wie du hier sehen kannst, habe ich es gerade aufgemacht, ob da die Ausgangslautstärke eigentlich richtig eingestellt ist. Man übersieht das manchmal hier unten rechts auf der Ecke. Da ist zum Beispiel ein kleiner Fader, mit dem man hier die Ausgangslautstärke einstellen kann. Und die steht bei diesem Videolan-Client, bei diesem VLC steht sie jetzt auf 65%. Mit anderen Worten, wenn du da deinen Mix reinschiebst, dann ist er halt leiser. Er wird ja 65% von 100% werden abgespielt. Also 65% Lautstärke werden nur wiedergegeben. Natürlich klingt er dann leiser. Also auf jeden Fall sicherstellen, dass du bei der Software, mit der du deinen Song abspielst, schon mal 100% Lautstärke eingestellt hast. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann kann es noch eine andere Quelle geben. Und zwar speziell bei Studio One und vielleicht bei deiner DAW auch, wird auf dem Main-Bus, auf dem Hauptbus, wo der komplette Mix zusammenläuft, wird unterschieden zwischen einem Pre- und einem Post-Bereich. Das heißt, der Pre-Bereich ist der Bereich, in dem die Bearbeitung von deinem Song stattfindet, für alles, was ausgespielt wird. Und der Post-Bereich ist nach dem Exportieren. Wenn wir hier mal gucken, das ist so ein bisschen verwirrend auf der rechten Seite. Das ist mein Master-Bus hier an der Stelle. Da gibt es den Post-Bereich und hier oben diesen Insert-Bereich. Da kann man Effekte reinladen und meistens denkt man, Post-Nachbearbeitung ist also der Bereich, wo die Effekte rein müssen, mit denen ich dann meinen Song laut mache, vielleicht nochmal einen Master-Bus-Kompressor draufpacke oder eine Bandsimulation. Und dann ist es so richtig cool. Das ist aber ein Denkfehler, der auch vielleicht nicht ganz gut aufgeklärt wird. Bei dieser DAW und bei anderen DAWs heißt das vielleicht Listen-Bus. Da gibt es auch so einen Bereich, wo man solche Plug-Ins draufpacken kann. Da klingt alles klasse. Aber wenn man den Song dann exportiert, werden diese Plug-Ins tatsächlich ignoriert. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Das heißt, hier mit diesen Plug-Ins hier in meinem Post-Bereich sorge ich dafür, dass mein Mix so richtig cool klingt. Wenn ich den mal ausmache, klingt es so. Und ich aktiviere ihn mal. Deutlich lauter, deutlich größer, wenn ich den Song aber exportiere, dann klingt er wiederum so. Und das liegt einzig und allein daran, dass die Effekte, die wir hier gewählt haben für unseren Master-Bus, eben im Post-Bereich sind. Also Post bedeutet ja übersetzt nach. Und in diesem Fall ist gemeint nach dem Exportieren. Das heißt, die Effekte hier werden einfach ignoriert. Die Lösung ist ganz einfach. Zieh sie einfach höher in diesen Bereich rein. Sollen wir mal kurz hier die Effekte einmal zur Seite schieben. Schiebe sie also einfach in den Bereich vor dem Post und lass im Post-Bereich tatsächlich nur Mess-Plug-Ins, wie zum Beispiel den Julien hier, mit dem du die Lautheit messen kannst. Aber wenn du den Julien hier im Post-Bereich hast, ist er gut aufgehoben. Die anderen Effekte wirklich hier in dem Bereich davor. Dann werden sie im Export auch berücksichtigt. Und dann klingt dein Mix auch genauso, wie du es vorgehabt hast. Und du kannst dafür sorgen, dass dein Mix in der DRW genauso gut und laut klingt, wie dann auch in einem Abspielgerät. Vorausgesetzt, du hast die Lautstärke vom Abspielgerät richtig eingestellt. Wenn du Monoquellen in deinem Mix etwas größer klingen lassen möchtest im Stereo-Panorama, dann helfen meistens Stereo-Effekte da ein bisschen nach. Du kannst zum Beispiel einen Chorus nehmen, um eine mono-erklingende Gitarre zum Beispiel ein bisschen breiter aufstellen zu lassen, ein bisschen modulieren zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Gitarre einfach ein bisschen breiter im Mix klickt. Oder zum Beispiel den kostenlosen Wider-Nutzen, den ich hier habe. Mit dem Wider kann man dafür sorgen, dass eine Monoquelle ein bisschen breiter im Stereo-Panorama erklingt. Aber wenn ich den Wider jetzt mal hier auf dieser Akustik-Gitarre benutze, dann hören wir mal, was passiert. Ich lasse ihn mal solo abspielen und aktiviere mal den Wider und drehe den mal auf. Aus. Es klingt zwar irgendwie anders, aber nicht größer und breiter, sondern irgendwie nur phasiger und schwurbeliger, was ist passiert. Das ist eine Eigenart von Studio One, tatsächlich ein Fehler, der mir ganz oft passiert, wo ich Mixe zugeschickt bekomme, wo Leute wirklich auf die einzelnen Spuren ganz viele Stereo-Effekte draufgepackt haben und der Mix erklingt trotzdem im Mono. Der Knackpunkt liegt bei Studio One in der Kanalkonfiguration, die an zwei verschiedenen Stellen versteckt ist. Auf der einen Seite bei Spuren, wo Audiosignale draufliegen, also bei Kanälen und hier in diesem Fall Spuren im Arrangement, ist es hier versteckt. Auf der linken Seite gibt es so einen kleinen Punkt hier, linken Seite oder vom Kanalzug aus gesehen auf der rechten Seite, hier gibt es auf jeden Fall diesen kleinen Punkt und der heißt Kanalkonfiguration. Der sagt einfach, diese Spur ist Mono. Das heißt, alles, was du auch da drauf packst an Effekten, egal ob Mono oder Stereo, bleibt Mono. Wenn du also möchtest, dass hier ein Stereo-Effekt auch auf einer Mono-Quelle Stereo erklingt, musst du der Kanalkonfiguration sagen, dass dieser hier bitte in Stereo abgespielt werden soll. Und schon klingt unsere Gitarre so. Ich mache den Wider mal aus. Der Knackpunkt ist also die Kanalkonfiguration und die ist, wie gesagt, bei normalen Spuren ist sie hier im Arrangement zu finden. Da musst du also hier, wenn du im Zoom bist, musst du dafür sorgen, dass du hier ein bisschen größer aufziehst. So siehst du sie nicht, so siehst du sie noch ausgeblendet und so wird sie dann angezeigt hier auf der linken Seite und da kannst du dann deine Kanalkonfiguration ändern für deinen Kanalzug. Bei Bussen ist sie direkt im Mixer zu finden. Im Gegensatz zu normalen Spuren, bei Bussen findest du direkt hier im Bus, Sekunde, falsch geklickt. Im Bus findest du hier direkt da die Kanalkonfiguration, die Kanalkonfiguration, da ist sie versteckt und da kannst du dann dafür sorgen, ob dein Bus Mono oder Stereo erklingen soll. Die Kanalkonfiguration ist also auf jeden Fall der Knackpunkt, wenn du dafür sorgen möchtest, dass du mit Stereoeffekten eine Monoquelle ein bisschen größer klingen lassen möchtest und da passiert einfach nichts. Dann bei der Kanalkonfiguration gucken und dann solltest du auf jeden Fall kein Problem mehr haben mit Stereoeffekten, auch auf Monoquellen. Der Mensch ist von Natur aus faul. Oder kannst du behaupten, dass du die Bedienungsanleitung von deiner DRW, in meinem Fall jetzt Studio One, dass du die gelesen hast oder vielleicht sogar ausgedruckt direkt neben dir auf dem Schreibtisch liegen hast? Natürlich nicht, da würde die Suche ja auch viel zu lange dauern und außerdem gibt es ja den Grundsatz, man muss nicht alles wissen, man muss ja nur wissen, wo es steht. Es gibt also zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du schreibst mir eine Mail und schreibst, hey Jonas, ich habe dies und dieses Problem, ich suche diese Funktion, kannst du mir helfen? Kann ich machen. Der schnellere Weg ist aber eben nicht darauf zu warten, dass ich dir antworte, sondern einfach mal in deinen Tastaturkommandos nachzugucken von deiner DRW oder von jeder anderen Software auch. Schau doch einfach mal in deine Tastaturkommandos, die findest du hier bei Studio One direkt unter den Einstellungen und da kannst du jede Menge Funktionen finden. Ich möchte zum Beispiel, wir können es ja mal ausprobieren, ich möchte zum Beispiel für dieses Solo hier dafür sorgen, dass der Loop genau auf die Länge von diesem Solo eingestellt wird. Also suchen wir einfach mal hier bei den Tastaturbefehlen hier nach Loop, kann man hier auch suchen und da gucken wir mal hier, Loop aktiv, Loop auf Auswahl setzen ist direkt einer oder man kann Loop auf Auswahl setzen mit Raster, Loop Anfang setzen. Wir machen mal Loop auf Auswahl setzen, Hochstelltaste P. Wieder was gelernt und vielleicht demnächst mein Lieblingsbefehl. Machen wir mal Hochstelltaste P und zack, ist der Loop eingestellt genau für Solo und ich kann nur diesen Bereich hören. Also auf jeden Fall eine fantastische Methode, in dieser DRW oder in jeder anderen Software auch, mal zu gucken, welche Funktionen gibt es denn eigentlich. Kann man auch mal drin stöbern. Einfach mal gucken, welche Funktionen gibt es mal. Da wird man immer wieder überrascht von Funktionen, die man eigentlich gar nicht kannte, aber im Alltag gut gebrauchen kann. Schau da rein in die Tastaturbefehle, lass dich überraschen, lerne die neuen Tastaturkommandos, damit kann man auch schneller arbeiten und ich hoffe, dieser Trick, diese Tricks haben dir geholfen, demnächst noch stressfreier in deiner DRW zu arbeiten. Wenn du besondere Tricks und Tipps hast für uns, die wir auch noch lernen müssen, die wir unbedingt wissen müssen, dann schreib sie unten in die Kommentare und ich freue mich wie immer davon, dir zu lernen und zu lesen oder umgekehrt, zu lesen und zu lernen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassu!